Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kritzelpixel, eurem Kunst-, Zeichen- und Krempel-Channel hier auf YouTube. Ich habe ja, wie die meisten von euch wissen, ein YouTuber-Ausmalbuch rausgebracht und wir hatten uns vorgenommen, dieses Ausmalbuch mit den unterschiedlichsten Medien anzumalen. Ihr hattet euch gewünscht, dass ich mit sehr günstigen Buntstiften, die man ja meistens zu Hause auch rumliegen hat oder die man sich mal leisten kann, die man sogar eventuell als Werbegeschenk bekommt, ja, dieses Ausmalbuch anmale, um zu sehen, wie das funktioniert. Und da habe ich mir die Stettler Norris Stifte geschnappt. 24 Farben und das ist wirklich eine gute Auswahl an Farben für nur 3 Euro. Ja, ist so, wirklich, die haben 3 Euro gekostet, diese Packung. Und ich habe mir sagen lassen, dass die teilweise auch günstiger erhältlich sind. Also es gibt natürlich diverse alternative Stifte, die recht günstig zu erwerben sind. 24 Farben, großartig. Allerdings hatte ich ein bisschen Bedenken, denn ich erinnerte mich an meine Kindheit. Erinnert ihr euch daran, als ihr mit Buntstiften auf Papier gemalt habt und es war halt immer alles so blass und keine Farbe und egal, was man gemacht hat, man musste ganz fest aufdrücken, damit der Farbe runterkam und dann war das Papier kaputt? Da erfuhrte ich so ein bisschen Angst. Und dann setzte ich den Stift an aufs Papier und unglaublich viel Pigment kam aus dieser kleinen, bruchsicher, eingearbeiteten Mine für Kinder. Diese Stifte sind extra so für Kinder gearbeitet, dass die Mine nicht so schnell bricht, deswegen auch diese weiße Umwandlung. Und sie sind eigentlich recht hart, aber hier auf diesem Papier, da seht euch an, wie viel Pigment aus diesen Stiften herauskommt. Und dann verblenden sie sich auch noch ganz leicht ineinander. Ja, sie haben nicht die gleiche Wachs- und Ölbasis, wie es meine Prismacolor- und Polychromstifte haben. Deswegen kann man damit auch keine Layer aufbauen. Es lassen sich die Farben nur schlecht ineinander verblenden und sie sind natürlich auch etwas blasser. Aber man kann sie verblenden, das sieht man da unten, das habe ich ganz unten mit den Stettler-Stiften gemacht. Und sie haben auch eine gewisse Farbmischung in sich, sprich gelb und blau ergibt durchaus ein grün. Aber Ebenen aufbauen, ihr seht ja hier Pustekuchen. Wohingegen die Polychromstifte, gerade die Polychromstifte, die sind ja für das Arbeiten von verschiedenen Lagen und Ebenen großartig geeignet, eine unglaubliche Farbdichte aufweisen, auch mit vielen Ebenen übereinander. Und die Prismacolor-Stifte eine ähnliche Verarbeitung haben, schaffen es die Stettler-Stifte natürlich nicht daran zu kommen. Das ist ja auch gar nicht der Sinn und Zweck dieser Stifte. Das sind Buntstifte für Kinder zum Malen, einfach zum Entspannen. Aber ich kam nicht darauf klar, dass diese Stifte eine so hohe Farbdichte aufwiesen. Denn ich denke, ihr könnt euch daran erinnern, was passiert ist, wenn ihr Buntstifte genommen habt und einfach vor euch hingekritzelt habt. Das war blass und da war keine Farbe. Genau so, wie man das hier sieht. Ne? Das sieht schon viel, viel, viel Familiar aus, oder? Das ist doch... Oh, was passiert? Was ist das? Ähm, warum? Warum? Oh! Aha! Ja, der ein oder andere schlaue Zuschauer wird es schon längst in die Kommentare geschrien haben. Das liegt am Papier. Auf der einen Seite seht ihr normales Schreibmaschinenpapier, beziehungsweise Blockpapier, wie man es in jedem guten Schreibwarenladen bekommt. Und das ist genau das, was man als Kind meistens vor die Nase gesetzt bekommt. Und auf der anderen Seite seht ihr günstiges Aquarellpapier. Und um die gleiche Farbdichte zu erhalten, musste ich wirklich mega aufdrücken. Und wenn ich diesen gleichen Extremdruck auf das günstige Aquarellpapier übertragen habe, habe ich fast den ganzen Stift drauf gemalt. Aquarellpapier ist texturiert. Und es hat eine Textur. Es ist grobporiger als normales Papier. Das kann man sehr deutlicher sehen, wenn die Kamera nah auf dieses Papier gerichtet ist. Und damit erzielt man natürlich einen besseren Abrieb der Pigmente. Die Pigmente halten besser. Sie sehen natürlich entsprechend farbechter aus. Und ja, das ist der ganze Zauber. Der ganze Trick, wie man mit günstigen 3-Euro-Bundstiften sehr schöne Effekte erzielen kann. Mein eigenes YouTuber-Ausmalbuch hat leider nicht ein solches Papier. Das war auch gar nicht Ziel der Sache. Wir wollten ja vor allen Dingen auch, dass man mit Filzstiften und mit Markern gut damit arbeiten kann. Und da wäre dann so ein sehr stark Pigmente aufsaugendes Papier tödlich. Aber ich bin schon ein kleines bisschen frustriert, dass diese sehr harten, auf diesem Papier sich sehr harten verhaltenen Bundstifte teilweise das Papier angekratzt haben. Geht also vorsichtig und behutsam damit um. Klar, das ist zwar schon dickeres und deutlich qualitativ hochwertigeres Offset-Papier. Trotzdem muss man aufpassen, wenn man damit sehr grob umgeht. Und der Aufrieb von diesen sehr harten Stiften war doch deutlich spürbar. Und ich habe gemerkt, dass ich ab und zu ins Papier gekratzt habe. Nichtsdestotrotz ließen sich einige Lagen aufbauen mit diesen Bundstiften. Man konnte ganz gut schattieren. Man hatte halt nur nicht so viel Pigment. Es gibt auch ein paar Tricks, wie man mit günstigen Bundstiften mehr Pigment aufs Papier bringen kann. Einmal natürlich hier die klassische Technik, dass man die Seite des Stiftes nimmt und auf keinen Fall mit der Spitze arbeitet. Dann kann man wesentlich mehr Ebenen aufbauen. Aber schwarze bzw. dunkle Buntstifte sind meistens auch wesentlich dichter pigmentiert als helle. Da keine, wie soll ich sagen, keine Fake-Pigmente, keine losen Pigmente genutzt wurden, um den Stift heller zu machen. Nebenbei übrigens die Hand immer wieder wehgetan, weil man doch ganz schön aufdrücken musste. Soll heißen, helle Farben werden erzeugt mit einem sehr harten, hellen, kreidigen Pigment, würde ich jetzt mal vermuten. Weswegen sie wesentlich weniger deckend sind und man auch für die hellen Farben mehr Kraft braucht, um sie zu Papier zu bringen. Aber so ist das nun mal mit drei Euro-Bundstiften. Ihr habt ja gesehen meine Prismacolor-Stifte, meine Polychrom-Stifte. Die haben wunderbar auf diesem Papier gearbeitet und dafür ist es ja auch gedacht. Es ist ja nicht nur gedacht, dass man jetzt mit den günstigsten Mitteln da rangeht. Copic-Marker haben wunderbar auf dem Papier gearbeitet. Das war mir persönlich sehr wichtig, da ich weiß, das ist in meiner Community ein sehr, sehr wichtiger Teil der traditionellen Malerei ist. Aber mit den Bundstiften, naja, sieht doch süß aus. Also wenn man sich ein bisschen anstrengt und man vorsichtig rangeht, Stück für Stück, Ebene für Ebene, dann kann man einen ganz guten Effekt erzielen. Ich selber empfehle euch, wenn ihr mit euren Geschwistern malt, wenn ihr Kinder habt und die malen vielleicht gar nicht immer so viel. Oder wollt mal wirklich ein schönes Bild malen, dann gebt ihnen besseres Papier. Dieser Aquarellblock, den ihr gesehen habt, der hat auch nur drei Euro gekostet. Ja, waren nur 20 Blätter, aber man kann Kindern auch den Wert von einzelnen Bildern beibringen, sodass sie nicht wie ich in Masse Bilder produzieren. Mir musste man als Kind so einen ganzen Publik-Schreibmaschinen-Papier hinlegen. Anders hätte man das nicht finanzieren können, weil ich aber echt tonnenweise Papier verbraucht. Das mache ich ja auch hier auf diesem Channel. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich wieder tonnenweise Papier verbrauchen werde oder vielleicht auch mal wieder digital male. Es war mir eine großartige Freude. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Kritzelpixel.